So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine neue Max-Out-Monday-Folge. Und ich habe euch letztens auch wieder gefragt, die Zuschauerwünsche, was wollt ihr, dass ich am Montag mal Maxen tue, wenn ich es noch nicht auf 50 habe, bevorzugt nämlich natürlich 100% Pokémon. Und auch nur, wenn ich die auf Level 50 ziehen kann, also wenn ich zwar Level 40 machen kann, aber noch nicht die 50, dann lasse ich das meistens auch weg. Ich möchte jetzt mal hier rüber gehen auf das letzte Video. Ich hoffe, das passt so. Und nicht, dass wenn ich rüber switche wieder auf die App, dass die App jedes Mal neu startet. Kabado Angler hat zum Beispiel geschrieben Bombe und Layout Monday. Yay, da ist aber jetzt hier nichts dabei. Iris hat gesagt Barschwar Shiny. Jetzt bin ich mal bei Barschwar, muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir Milotic zufällig auf Level 50? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wenn wir das nicht haben, dann können wir natürlich auch kein Barschwar auf Level 50 ziehen, egal ob Shiny oder 100er oder was anderes. Das geht leider nicht. Dann der Konoidre hat ja gesagt, irgendein 100%iges Shiny soll ich bitte mal auf 50 ziehen. Jetzt habe ich ihm etliche vorgestellt in der letzten Folge. Ich habe gesagt, okay, such dir von denen eins aus. Wenn du es nochmal reinschreibst, können wir ja mal gucken. Er hat jetzt gesagt Taubsee. Taub, sie, schillernd. Wieso meine ich einfach Taubsee und vier Sterne? Und vier Sterne. So, 100% Taubsees. Wir haben hier ein 100er Taubsee. Und wir haben hier ein 100% Shiny Taubsee. Ich habe schon ein Taubboss auf Level 50 gezogen. Aber ich habe kein Shiny 100% auf 50 gezogen. Und weil das eben ein ganz besonderes Pokémon mit einem ganz besonderen Wert ist, wollen wir das mal machen. Auf Level 50 ziehen. Und es kriegt gerade mal 769 WP dazu. Und ist halt, ja, ein Shiny Taubsee. Würde ich niemals entwickeln. Würde ich einfach so lassen. Shiny Taubsee 100% auf Level 50 ist das erste Pokémon heute für die Sendung. Dann haben wir hier Logok wäre genial. Henry Conle. Logok müssten wir aber eigentlich schon auf 50 haben. Weil ich, glaube ich, mal eine Folge gemacht habe, wo ich alle Feuerstarde auf 50 gezogen habe. Logok ist also auf Level 50. Zählt nicht. Ein Level 50 Aero Kacksprühl wäre super. Da gebe ich recht. Da hätte ich nämlich Bock drauf, weil ich alle Mega-Pokémon, die ich habe, auf 50 ziehen will. Aber bei Mega-Kacksprühl geht es nicht. Ich habe nur 93. Da fehlen also noch etliche. Alter, wie es halt wieder hinterher hängt. Bei mir läuft das hier alles flüssig. Also kein Problem. Bei mir spielt das flüssig ab. Hier hängt es die ganze Zeit. Die anderen sind alle auf 50, glaube ich. Wenn ich mir die anderen Mega-Pokémon so angucke, müssten die alle auf 50 sein. Nur das Mega-Aerodactyl ist nicht auf 50. Da fehlt noch einiges. Mein Lieblings-Poki-Mutu hast du schon auf 50. Daher schlage ich mal Traunmagiel vor. Wenn du die Bonbons dafür hast, Sarina. Gucken wir mal auf Traunmagiel. Traunmagiel ist auf nicht 50. Können wir aber machen auf 50. Und kommt auf 2957. Jetzt habe ich ein was vergessen. Ich muss auch gleich noch den Tag anfügen, wenn das Level 50 ist. Machen wir also hier noch dran. Und machen wir auch gleich bei dem Taubsee noch dazu. Taubsee. Und. Das müsste jetzt eigentlich das höchste Taubsee sein, was wir haben. Taubsee. Hier oben das. Eben mit 100% Shiny. Und jetzt auch Level 50 Tag noch dran. Basteln wir dazu. Fertig. Hat es drei Tags. So. Das war das zweite Pokémon jetzt. Glaube ich. War das das zweite? Ja. Das war das zweite. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Taubsee. Haba, haba, haba. Enton sehe ich hier. Enton. Thomas hat irgendwas geschrieben letztens mal. Mal gucken, ob du es genau so machst, wie ich es geschrieben habe. Aber es steht ja nicht da. Enton, bitte nur Enton. Und ich sage immer, wenn ihr einen Vorschlag macht. Dass ich immer, äh, die Endstufe dieses Pokémons dann versuche hochzuziehen. In seinem Fall wäre das also nicht Enton, sondern Enton. Haben wir Enton auf 50? Haben wir nicht. Machen wir aber mal auf 50. Jetzt würde er sich wahrscheinlich ärgern, weil er halt unbedingt das Enton wollte. Aber ich... habe das Enton gepusht. Das kriegt jetzt auch ein Level 50 Tag drauf. So. 100% Level 50. Bei Tauboga, äh, bei Tauboss war es ja eben so, dass ich da schon einen Tauboss auf 50 habe. Und dieses Shiny 100%, was ganz Besonderes ist. Also, Thomas, Grüße gehen raus. Trotzdem, ich weiß, Enton ist dein Lieblings-Pokémon. Wenn ich irgendwann wieder die Bonbons voll habe, kann man ja vielleicht einen Enton nochmal nachsetzen. Aber es stand ja nicht dabei. Enton und nur Enton. Bitte nur Enton das. Ich sage das ja immer so dazu. Hier steht vielleicht ein Kaputops. Gucken wir mal hier rein. Kaputops. Haben wir hier. 67 Bonbons. Das geht leider nicht. Kaputu dann eben auch nicht. Sorry. Lück-Rix. Nix. Henry Herford. Voluminas oder Galoppa? Jetzt pass auf. Voluminas. Auf. 50. Da fehlt was. Aber. Da können wir ein bisschen was machen. 296 brauchen wir ja. Wir können hier Bonbons umwandeln. Bonbons zu XL. Wie viel brauche ich denn? 10? 20? Ich habe nicht geguckt. Jetzt muss ich doch mal schauen. Ah! Jetzt sind es zu viele. Jetzt habe ich zu viele gemacht. Aber jetzt müsste es eigentlich auch ausreichen, dass wir Voluminas. Jetzt weiß ich auch, was Voluminas ist. Ich habe wohl Tulla, glaube ich, gerade vor Augen gehabt. Also diese gelbe Spinne. Aber nein. Das hier ist Voluminas mit 2351. Kriegt er auch sein Tag? Ist also das nächste, was wir machen. Okay. Oder Galoppa hat er geschrieben. Aber ein Vorschlag. Das eine haben wir gemacht. Das passt. Like und Kommentar dagelassen. FC Mary. Wunderbar. Das Schunduk-Habador, sagt der Leander. Wäre sicherlich auch noch was Interessantes. Jetzt gucken wir nochmal rein, ob das hier passt. Mit dem Carbador. So. Carbador. 100%. Shiny. Bonbons sind auch da. Pushen wir das auch noch. Machen wir es einfach auf 310. Und können da auch noch den Level 50 Tag ranschmeißen. Schmeißen. So. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt muss ich nochmal gucken. 1, 2. Ich glaube 1 fehlt noch. 3. 4. 5. 5. Also 1 können wir noch machen. 1 müssen wir noch machen. 1, 1, 1. Simsala. Warte mal. Hier unten. Schunduk-Habador. Slymog normal oder Yugong. Das Shiny 100% Carbador wäre cool. Das haben wir von Lostlift also auch gleich. Aber Lukas hier. Slymog normal. Oder Yugong. Gucken wir mal auf Yugong. Würde Yugong gehen? Yugong würde gehen. Er hat Slymog normal. Glaube ich. Sly. Das zeigt mir keine Bilder an. Ist es ein Slymog? Normal. 100%. Level 50. 3117. Ich hoffe das passt. Drücken wir das noch an. Auf 3117. Das ist im Endeffekt jetzt das sechste Pokémon. Also Level 50 Tag. Rangeschmiert. Passt. Yugong hätte eben auch gepasst. Aber es waren sechs Pokémon. Und ich sage ja, sechs Pokémon mache ich nicht mehr. Und würde sagen, ihr könnt trotzdem euer Glück weiter probieren. Indem ihr wieder Vorschläge unter diese Folge macht. Wenn also jetzt zum Beispiel der Lukas gesehen hat, Yugong geht noch. Er könnte jetzt Yugong wieder hier drunter kommentieren. Dann ist das Yugong vielleicht in der nächsten Folge dran. Ansonsten, wer hat noch was geschrieben? Paul Berger hat Simsala geschrieben. Habe ich glaube ich eh schon auf 50. Benjamin hat sich hier gefreut, dass das alles so gepasst hat. Neuen Vorschlag hat er glaube ich. Elektek auf 50 wäre cool, hat er geschrieben. Ja, da habe ich Elevoltec aber auf 50. Dann haben wir hier die Evoli-Entwicklungen auf 50. Evoli-Entwicklungen habe ich auch alle schon auf 50. Mit 100% habe ich mal ein extra Video, glaube ich, dazu gemacht. Gossi, zweiter Versuch, Ramses zu fragen, ob er einen Shiny Bonita auf 50 ziehen kann, weil es einfach so schön ist, aber nicht Galoppa. Ist leider zu spät der Vorschlag, aber vielleicht, wenn du dran bleibst und es mal bei den ersten 6 mit auftaucht, überlege ich mir das mal ganz stark, dass wir das vielleicht machen, ja. Ansonsten noch ein Kommentar für den Logarithmus. Nicht der Algorithmus, der Logarithmus. Und dann waren das jetzt theoretisch 6 Pokémon auf Level 50 gepusht, die wir jetzt wieder dazu bekommen haben, durch eure Zuschauerwünsche. Wenn ihr noch ein Pokémon habt, wo ihr wirklich mal sehen wollt, wie hoch kommt das oder was jetzt frisch neu aus dem Event war, vielleicht diese komische verdörrte Blume, die soll auch mega hochkommen. Wenn ihr sagt, ja, pusht die mal hoch, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr ein Lieblings-Pokémon habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde dann immer gucken, ob ich ein 100% davon habe. Und die entsprechenden Bonbons, um es direkt auf 50 zu ziehen. Das wäre perfekt, dann würde ich das machen. Aber ihr habt ja schon gesehen, ich habe auch schon Ausnahmen gemacht und keine 100% hochgezogen oder halt alles doppelt und dreifach. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise heute Abend. Und, auch wenn ich das gerade Sonntagabend aufnehme, sehen wir unseren Montagabend wieder bei Chill mit Ramses und mit der Psy-Jau-Shiny-Verlosung, wo es zwei Shiny-Psy-Jau gibt, zwei männliche. Wer noch keinen Zadon da mitgemacht hat, hat vielleicht Glück. Ansonsten bis heute Abend. Peace out, vorhaut euer Ramses. Scheiße, ich habe den Knopf nicht gefunden. Da ist er doch. Ciao. 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 Ciao.